Flitterwochen Romantik pur In den nächsten Tagen gibt es nur noch uns zwei. Amore mio! Stopp, Sie können hier nicht so einfach durchgehen. Wieso? Sie könnten ja eine Bombe an Bord schmuggeln. Ist in der Koffer. Antonio, seid ruhig. Hören Sie zusammen? Ist meine Schwiegersohn. Hatte gebaut die Bombe. Ganz große Klasse, Antonio. Herzlichen Dank. Nach Maria ihm schmeckt's nicht kommt, Antonio ihm schmeckt's nicht. Jan, warum gehst du nicht rein? Ich bin draußen. Wo ist Sarah? Happy Honeymoon. Ah, nee, nee, nee. Danke. Ich wünsche Ihnen alles Gute. The Honeymoon Suite. Du fliegst ohne Sarah in die Flitterwochen, aber mit deinem Schwiegervater? City Daliano. Sorry, sorry. Ist auch Ausländer, versteht nix. Aber ich schwöre, wenn du morgen kommst, dann ist dein Vater verschwunden. Das schaffst du nie. Excuse me. Mauro Conti. Mango Conti. Mauro. 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 Du fehlst mir. Ich komm. Das sind unsere Flitterwochen. Act crazy. Ich soll mich verrückt stellen. Ich hab nicht gesagt, sie sind ein Affe. Nina Tanda. Ich brauch einen Handel. Alessandro Bressanello. Ich will nur, dass wir mal gemeinsam festlegen, was jeder möchte. Ich möchte, dass mein Vater im Erdbollen verschwindet. Ja, Antonio, was möchtest du denn? Ich möchte das da. Antonio, ihm schmeckt's nicht. Fuck, I'm crazy. What's up? Jan, hör auf. What are you nuts? Ab 18. August im Kino.